Musik Hier sind der verrückte Ben und ihn noch verrückte Ben. Wie ihr unschwer erkennen könnt, wir sind wieder in der HK und wir wollen jetzt mal Basketball spielen. Ich habe früher Handball gespielt und das soll jetzt nicht halten, wie ich kann es. Deswegen halte ich ihn gerade nicht, weil Handball ist doch schon was anderes. Ich war nie so der wirkliche Basketballspieler. Wir versuchen das jetzt einmal hier ein paar Tickets rauszuholen und ich würde sagen, wie ne? Pack an. Pack an. Also ich gebe mir zurück das Mühe, weil es gar nicht verstoßen soll. Wenn du jetzt auf Start drückst, dann kommen die Bullet Tests raus, wie man hier in Holland sagt. Und dann einfach schnell in den Pop rein. Echt? Ja, die kommt immer wieder zurück. Das geht nach Sekunden. Du hast 36 Sekunden noch. Was? Ja, das ist ja. Einen. Ach super. Ja, noch einen. Ja, noch einen. Ja, noch einen. Ja, noch einen. Ja! Ja! Okay. 12 Sekunden. Auch 10 Sekunden hast du. Du bist gut. Du bist sehr, sehr gut. 10 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 5, 1, 5, 4, Okay. 26 Punkte hast du. 26 Punkte hast du. 26 Punkte. Okay, kurz. Ja, ja. Gut, dann. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Ich glaube, du traurig. Kannst du nicht drücken? Ja. Start. Super! Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Da stehen 12. 14. 20, 22. 24. 26, 28, 30, 33. 39. Ja. Ja, der kümmert nicht... 39. Und der Bettmann hat's... ...durî. Das hab ich kaputt gemacht. Da bin ich auch... Das muss ich machen. Da bin ich zum Beispiel, äh... sehr, sehr... sehr gekl recordiert. Ja, was machen wir jetzt? Film raus? Ja. Da gehen wir aber auf die anderen, würde ich sagen. Nein, weil das andere ist kaputt. Ach so. Also wir müssen schon hier weiter machen. Aber das geht gar nicht. Das ist ja kaputt. So, was willst du denn? Vielleicht kommt der bald wieder runter. Ich fang auch an, weil ich hab's ja verbobt. Dann hast du nachher die Zeit, dass gleich... Okay, dann fang du an und dann geht's gut. Okay. Tschüss! 30, 33, 36 30 30 30 Da kommt einer Ey, der kommt wieder Guck mal Die kann ich nach, aber der zählt glaube ich nicht Kommt immer wieder zu mir Das ist doch unglaublich Guck mal Okay, dann würde ich sagen Ja Anstrengend Ja, das ist gut Ja, das ist gut Jawohl 15 Sekunden 16 Punkte 10 Sekunden nach Jawohl, da hast du mit reingelogen, sehr gut 4 3 2 1 1 2 2 3 3 3 4 5 4 3 2 2 2 2 Ich fühle mich gern Durchgeschwitzt Ja, durchgeschwitzt auch Ja Ja, kommentieren, abonnieren Kommentieren, abonnieren Check mal rein Yo Check 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 den Channel And Don't hear the tattoo, follow us So Ja Ja Das wurde schon erst gesagt Ich glaube wir sind raus Bis dann Tschüss 1 2 1 2 2 2 3 4 5 6 7 7 8 7 8